Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Ja Leute, herzlich willkommen. Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast, Folge Nummer 97. Da kommt was auf uns zu, aber noch nicht heute. Heute ist nur CF bei mir, hallo. Frohes Neues, hey, wuhu, machen wir uns nichts vor, diese Folge geschieht noch im alten Jahr und wir haben euch angelogen. Aber wenn ihr das hört, dann wirklich frohes Neues, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und vor allem, ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht schon wieder arbeiten, denn wie unfreundlich, 2. Januar und schon wieder Arbeitstag, oder? Ja, das ist wirklich das schlechteste Silvester-Neujahrs-Tagesdatum, was man finden kann. Also, dass es hier jetzt so direkt in ein Wochenende knallt. Das hat ja mit Feiertagen überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist ja noch ein schlechteres Wochenende, weil Samstags ja noch früher die Geschäfte schließen. Ich bin ja auch an dem Punkt, an dem ich am 1. Januar wieder nach Hause gefahren bin, um am 2. pünktlich zur Arbeit wieder zu erscheinen. Das ist ja Horror. Also, ihr wisst, ich spreche das jetzt schon in Vergangenheitsform, aber ich habe es noch vor mir eigentlich. Ja, aber immerhin kann man sagen, unser Podcast ist wochenaktuell und nicht ein halbes Jahr vorher schon aufgezeichnet. Das muss man auch sagen. 29.12.2022, 15.38 Uhr haben wir eigentlich, liebe Freunde. Genau, und warum machen wir es am Donnerstag? Weil du ja jetzt schon quasi im Silvester Urlaub sein solltest. Ja, ich bin vor drei Tagen jetzt schon losgefahren gewesen. Es wird aber sehr, sehr kompliziert. Herzlich willkommen, wir reisen jetzt ins Jahr 2011 zurück, zur Folge 277. Oh nee, da habe ich lange Haare gehabt, hör auf. Und ich hatte so einen Kinnbart. Ich auch. Zur Folge 277. Aber das war mehr so Schamhaben, Kim. Das war nicht so Kinnbart, das war schon peinlich. Ach so, okay, ja, da kann ich gar nicht nachfühlen. Also, Folge 277 wollte ich gerade sagen. Hast du auch 2011 deine zweite Freundin gehabt? Egal. So, ja, ja, kommen wir. Da war ich mit der Nachbarin zusammen. Boah. Sollte aber keiner wissen. Boah, nee, das sollte wirklich keiner wissen, nicht mal die Nachbarin. Das war auch eher so eine Erbgeschichte. Also, Folge 277. Wurde weitergetragen. Nein, nein, ich wollte was erben. Also, Folge 277. Die Bienen, der Raub, der Honigmacher. Das ist das, worum es hier heute geht. Eine schöne Fritz-Fuchs-Folge, die uns der Zufallsgenerator, wie man heute sagt, ausgespuckt hat. Und die kommt halt aus dem Oktober 2011. Da feierte sie Premiere, wurde aber letztes Jahr zuletzt nochmal gesendet. Also, immerhin eine Folge, die nicht immer hier verschwindet. Und sowieso immer aufrufbar ist in der ZDF-Mediathek. Dort findet man sie in der Qualität seiner Wahl. Denn mit dem zweiten sieht man besser. So, Werbeteilende. Und jetzt in der Clark-App ZDF 10 eintragen, dann kriegt ihr noch Gutschein. Das ist so praktisch. Da könnt ihr eure Versicherungen nämlich so richtig regeln und so weiter. Also, den Sponsor, den haben wir eh schon verloren. Da können wir jetzt noch so viel uns überläuft. Ich möchte auch keinen Sponsor haben, für den ich selber dann noch was sagen muss. Also, das finde ich wirklich derart unangenehm bei sämtlichen Podcasts. Müsst du doch nicht. Wir haben doch unsere TTS. Wir können die das doch alles sagen lassen. Ich höre ja wirklich sehr gerne Friendly Fire. Hatte ich doch auch letztens geschickt mit Micky Beisenherz und Oliver Polack. Und die haben das auch so furchtbar gemacht. Also, ne. Okay, neues Thema. Sprechen wir irgendwann mal drüber. Ich hätte jetzt hier einen Pressetext vorbereitet. Hast du den auch? Natürlich. Gut. Das ist ein sehr langer Text, ne? Ja, wie immer. Alles klar. Ich fange mal an. Fritz forscht nach Svens verschwundenem Bienenwagen. Über Nacht ist der Wagen mit den Bienen vom Waldrand gestohlen worden. Wer klaut bloß ein Bienenvolk? Die Ex-Frau von Sven? Für ihre Naturkosmetik aus Honig? Nach einem geheimen Rezept? Fritz' Ermittlung in ihrem Kosmetikstudio scheitert leider, als Sven hineinplatzt. Fritz ermittelt weiter. Was macht eine Biene so besonders, dass man sie klaut? Gut. Fritz' Spürsinn und der Reifenabdruck am Tatort führen ihn zur Obstplantage von Bäuerin Hilde Koppelig. Hat sie etwas mit dem Diebstahl zu tun? Immerhin ist Fritz hier nicht sehr willkommen und außerdem lügt sie ihn noch direkt an. Aber Fritz lässt sich nicht abwimmeln und stellt dem Bienenwagendieb eine Falle. Ja, also hier muss ich sagen, also da wird wahrscheinlich jedes Kind sofort wissen, wer es war. Es ist ähnlich wie beim Kartoffelkäfer, wo man weiß, ja Pamela, wer soll es sonst gewesen sein? Es ist ein Krimi, der sofort aufgelöst wird und eigentlich nur noch in der Handlung schnell abgearbeitet werden muss. Das können wir hier definitiv sagen. Aber gut, schauen wir uns die Folge einmal an. Ich finde Bienen ja gar nicht uninteressant als Thema. Wie geht es dir? Geht auch, ja. Okay, also gerade jetzt, wo sie ja, ich weiß nicht, ob sie schon immer unter Naturschutz standen oder jetzt erst vor kurzem, aber jetzt vor kurzem gibt es ja erst unfassbar hohe Summen, wenn du erwischt wirst, dass du Bienen schadest. Also da zahlst du ja teilweise an die 50.000 Euro oder 100.000 Euro dafür. Das kann richtig, richtig teuer werden. Also Bienen sind, und das lernen wir in dieser Folge, unfassbar wichtig. Ich erinnere mich an einen Ausflug in den Heidepark, das ist ein Vergnügungspark in Norddeutschland, wie jeder weiß, und das war 2004 und da war ich mit einer Schar von Leuten und einer wurde dann von einer, war das eine Biene, wahrscheinlich eher eine Wespe, gestochen und hat einen riesen Theater gemacht. Dann sind wir da zum Notarzt gelaufen, das war ein riesen Bohei, wegen diesem Wespenstich, also da will man kein Imker sein. Werden Imker nie gestochen? Ich glaube, das stört sie nicht mehr großartig, wenn da mal ein Stich kommt, oder? Ah, okay, merken sie gar nicht. Es ist auch immer noch ein Unterschied zwischen, also, oh, frohes Neues, es ist ja auch immer noch ein Unterschied zwischen Bienenstich, Wespenstich, also Bienenstich ist ja super lecker, Wespenstich und Harnissen und was weiß ich alles, irgendwas davon kann auch nicht stechen, ja, ist ja gut, irgendwas verliert den Stachel, irgendwas steckt. Die Hummel kann ja auch eigentlich gar nicht fliegen, muss man sagen. Ich bin da auch, und das ist eigentlich auch schon der erste Lerneffekt, Abzug, es geht ja wirklich nur um Bienen, also es kommen ja gar keine anderen Arten. Und auch hier bei den Bienen nur die Wildbienen und halt die, ja, die Gezüchteten, also da fehlt ja viel, was auf die Artenvielfalt geht. Ja, weißt du, was auch fehlt? Ein Lied. Und das geht so. Einem unbekannten Land, wo gar nicht aus so langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Ich habe das versucht, jetzt mal so nachzumachen. Ach so. Von dieser Akzent von, wie hieß das, der hat gesungen, hat Karel Gott. Karel Gott, ja. Oh, das war jetzt CF sogar, oh, oh, oh. Also, das ist jetzt, also, also, komm schon, das ist ja so ein wirklicher. Der hat ja auch mal mit Bushido, ne, hat er mal, wie heißt das, ein Feature gemacht. Also, da geht's jetzt auch schon. Für immer jung. Ach so, ach, das war, okay, ja gut, eh, wenn man covert, muss man ja original anfragen, ob man das darf, aber war das auch so? Die haben das zusammengesungen dann. Die haben das auch zusammengesungen, also das war nicht nur die alte Aufnahme, Geremix, damit sie, du dann, okay. Die haben das zusammen gemacht, ja. Das fand ich sogar damals ganz gut, das Lied. Ich glaube, es war Bushido. Ja, es kommt im Hintergrund bei mir immer wieder ein bisschen Feuerwerk zum Vorschein, auditiv, aber ihr hört das ja am 2.1., das könnte auch bei euch gewesen sein, wenn auch hier das Böller fliegen, also, ich lasse mir hier nichts ankreiden. Ja, also, ich mag das ja sehr gerne am 1. Januar morgens durch die Stadt laufen und mir das Chaos angucken. Und ich bin aber trotzdem immer beeindruckt, wie viel auch schon beseitigt ist. Also, das geht ja wirklich schnell, muss man sagen, ne? Das muss ich aber nicht Silvester warten, das kann ich jeden Morgen auf der Reeperbahn sehen. Ja, das glaube ich, ja. Wobei, was sowas angeht, ist Wüsseldorf auch wegen Karneval sehr, sehr erfahren. Ach, gerade bei euch in der Fressstraße oder in der Kür oder so, ne? Wahnsinnig schnell weg. Also, ja. Gerade die Königsallee, wenn Karneval ist, dann verbarrikadieren die sich ja, dann machen die alles mit Holz, damit da bloß keiner irgendwie gegen die Schaufensterscheibe von Gucci feiert. Na ja, gut, okay. Also dann, die Geschichte geht eigentlich ganz einfach los. Fritz hat mal wieder einen guten Freund, diesmal den Sven Sievers und der ist Imker. Der muss aber jetzt nach Rügen fahren, weil er dort Nachwuchs-Imker ausbildet. Und er ist, das will ich ja mehrfach betonen, sehr stolz auf seinen neuen Rapshonig. Ja, denn Rapshonig, das verkauft sich ja viel besser. Ja, hier möchte ich schon direkt mal pausieren von der Folge. Bist du Honigesser? Ja, es geht. Okay. Ich mag am liebsten aber so diesen eher festeren Honig, also diesen ganz weichen nicht so gern. Also den nicht durchsichtigen, den gelbenen. Ja, genau, genau. Da hatte ich immer Probleme mit, weil da dachte ich, hä, wie schlecht ist der denn verarbeitet? Da ist ja noch das Wachs drin, wie geht das denn? Nee, ich habe immer Probleme mit Honig gehabt, weil ich dachte, das ist immer total süßlich. Aber der hat ja schon so eine deftige Note. Und dann ist es mir aufgefallen, ach so, es gibt verschiedene Arten. Und klar kostet dieser scheiß billige Sonnenblütenhonig da. Natürlich schmeckt er nicht so gut. Akazienhonig ist das, was ich mache. Ja, es steht auch auf den Honig drauf, das hätte ich jetzt vorbereiten können, dass nur ein gewisser Teil aus der EU kommt oder so. Das steht auch immer auf den Honig drauf. Jemand von den Bärstädtern draußen wird uns das sagen. Das steht auf vielen Honig steht immer drauf, dass auch ein großer Anteil aus Nicht-EU-Ländern stammt. Was dann so viel heißt, wie der kommt von irgendwoher, das sagen wir ihn aber nicht. Also das muss auch ein ziemliches Mafia-Geschäft sein, diese Honiggestichte selbst bei Langnese und so weiter, glaube ich. Ja, Mafia-Geschäft ist das so oder so. Wir rauben den Bienen ja alles weg. Das kann man ja so oder so schon sehen. Ja, wie gut die organisiert sind und wie gut die arbeiten, kriegen wir ja gleich wirklich. Das ist ja beeindruckend. Das ist auch das, was ich dem Lehreffekt hier auf jeden Fall, du sagst jetzt zwar, es geht nur um Bienen, aber da wird auch einiges erzählt. Naja, der ist nicht schlecht bei mir, der Lehreffekt. Aber okay, ich habe jetzt auf jeden Fall immer Akazienhonig hier, ist halt unfassbar teuer, muss man ja wirklich sagen. Aber seitdem mag ich Honig. Hat ein paar Jahrzehnte gebraucht, bis ich das verstanden habe. Isst du Honig mit Butter? Nee. Ah, ich mag das sehr gerne. Also ganz leicht geschickt Butter. Ich muss sagen, ich habe es aber noch nie probiert, weil ich so viel Honig esse überhaupt nicht. So eine Flasche reicht hier ein, zwei Jahre. Zum Glück wird das solch ja nie schlecht. Das stimmt, ja. Ja, genau. Großer Vorteil von Honig. Ja gut, wollen wir jetzt mit Lüffenzahn nur anfangen? Nö, nö, nö. Ich könnte nur ein bisschen was über Honig sagen. Ich verweise jetzt auch nur noch auf den Pressetext. Zum Süßen, auch beim Kochen. Honig ist eine gute Alternative. Hat aber trotzdem so einen 60-prozentigen Anteil von Zucker. Also es ersetzt das nicht und ist auf einmal kalorienfrei. Ne, das nicht. Okay, lass uns zur Löwenzahn-Folge kommen. Machen ja auch viele gerne, aber trotzdem eher einen Tee auch. So einen Löffel Honig rein. Ich mag ja keinen Tee. Aber Milch mit Honig soll ja richtig geil sein. Hast du es mal probiert? Heiße Milch mit Honig, da holst du mich ja ab. Das ist ja Samson's Lieblingsgetränk. Achso, oh, jetzt habe ich den Fass aufgemacht. Jetzt kommen wir überhaupt nicht mehr zu Löwenzahn. Okay, jetzt müssen wir zur Löwenzahn-Schleuder kommen, zur Honig-Schleuder. Jetzt geht es in der Tat darum, dass man erstmal den Wachs abkratzt und zwar auch nicht so genau, sondern relativ grob. Und dann kommt das Ding ja, da hilft Fritz seinem Freund, seinem guten Freund Sven, kommt das Ding ja in diese Schleuder rein. So, und jetzt frage ich dich, wird dann nicht da auch trotzdem noch ganz viel Wachs mit reingeschleudert? Das ist auch die Frage, die ich immer habe. Und da dachte ich auch immer bei diesem nicht durchsichtigen Honig, wie viel Wachs ist denn da noch drin? Wie unsauber wurde das denn gearbeitet? Geschleudert. Also das ist, er kratzt das auch wirklich sehr grob da ab. Und dann wischt das nur so weg und dann geht er nochmal drüber mit diesem Spachtel und dann riecht es wie rein in die Schleuder. Ich habe eine Gegenfrage. Wie viel Wachs hast du bei Babybel schon mitgegessen? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, es scheint nicht so schädlich zu sein. Ja, wahrscheinlich nicht. Unten kommt dann der Honig raus. Fritz nimmt natürlich direkt den Finger voll. Das finde ich super. Schmeckt ihm sehr gut. Und ja, da verabschiedet sich der gute Sven auch schon, denn der will jetzt in der Tat noch rügen. Und ja, Fritz soll ein bisschen auf den Honigwagen aufpassen. Ich hatte erst beim ersten gedacht, ach, guck mal, ein weiterer Bauwagen. Ja, da dachte ich auch, was ist denn hier passiert? Haben die Kinder, die immer das Grundstück ausspionieren, jetzt einen eigenen Bauwagen oder was passiert hier? Und er soll auch ein bisschen aufpassen, ein bisschen auf die Bienen aufpassen und kriegt auch dafür selber Honig, darf sich nehmen, was er will. Und dann verschwindet Sven auch schon. Okay. Und dann wird es auch Zeit, jetzt erstmal ein bisschen was zu lernen. Jetzt kommt nämlich ein Einspieler dazu. Jetzt bekommen wir nämlich noch nicht so ganz die Bienen und Blumen erklärt, aber zumindest die Bienen erstmal generell. Und da habe ich jetzt noch eine Frage. Und zwar, klar, wir wissen ja, die Bienenkönigin, das ist die Chefin und generell der Einspieler, der zeigt es ja, wie krass Bienen eigentlich wirklich sind. Das ist ein Arbeitervolk. Das hat ja, es gibt ja diesen... Ja, aber wie gut die organisiert sind, dass sie genau wissen, der hat den Job, der hat den Job und die wissen das auch direkt und machen das auch. Genau, nach zwei Wochen Ruhezeit als Kind schon direkt anfangen zu arbeiten. Es gibt ja diesen Film B-Movie, der ist ja sehr, sehr, sehr cool am Anfang. Ist das so? Ach, kennst du nicht? Den Titel, ja. Okay, der das sehr krass am Anfang aufzeigt, wo die da am Anfang eine Woche irgendwie durch Schule, Ausbildung, Arbeit und so durchrennen und dann gesagt wird, oh, das waren die schlimmsten sieben Tage meines Lebens, aber jetzt bin ich arbeitsfähig. Das ist schön parodiert davon. Ja, also ich finde das super, super krass. Das ist wieder etwas wie Magneten und die generelle Natur und die Erdumdrehung. Das werden wir alles nie verstehen, wie das funktionieren kann. Jetzt habe ich aber eine Frage. Und zwar, in diesen Honigwaben werden ja die Larven abgelegt, die dann irgendwann schlüpfen und zu Bienen werden und direkt zur Arbeit gezwungen werden. Kann es passieren, dass bei dem Schleudern der Honigwaben dort noch Larven drin existieren? Ja, vielleicht. Oh, ich kaufe nur noch den Durchsichtigen, da kann ich wenigstens reingucken. Oh, das ist dann bei dem Mehligen, das ist dann so der Crunch, würde man bei uns beim Backen sagen. So wie bei einem Käse, den man nur mit Maden isst, weil das die besondere Note gibt. Ja, ja, genau. Ich weiß es nicht genau, das kann ich natürlich auch nicht beantworten. Solche Fragen bleiben offen. Auch die Reinheit und die industrielle Herstellung, die bleibt hier ja auch weitestgehend auf der Strecke. Also, wir kriegen jetzt hier wirklich so das reine Naturprodukt erklärt. Wäre aber interessant, wie das funktioniert. Langnese hätte sich hier gerne mal beteiligen können. Ich weiß nicht, ich glaube, da wären wir schlecht dabei gewesen, wenn wir die eingeladen hätten. Wäre nicht so gut. So, jetzt bekommen wir natürlich auch noch Wildbienen erklärt, die natürlich frei in der Natur sich durchschlagen. Und das ist ein guter Punkt für Fritz, jetzt auch Bienen haben zu wollen. Na, wie heißt seine Maschine jetzt? Ah, die Fritz-Fuchs-Bienenhotel... Oh ja, irgendwie sowas. Ja. Achso, das weißt du auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Das war eine Quizfrage. Nee, nee, nee. Das war eine ernst gemeinte Frage. Das wollte ich gerne wissen. Im Hintergrund sieht man ein paar Schulkes Schaukel. Generell sehen wir sehr, sehr coole Aufnahmen. Ein Schwenk von einer Kamera mit einem großen Weitwinkel. Der Bauwagen sieht aber so gigantisch aus auf einmal. Richtig schöner Shot. Der richtige Baldachin. Ja, das sowieso. Der Baldachin ist ja wenigstens hier mal so ein Segel und nicht so ein ekelhafter Teppich. Aber gut, das haben wir schon geklärt. Und wo du gerade das Grundstück von Paschulke erwähnst, siehst du den Zaunenden? Der hört einfach auf. Ja, stimmt. Das ist das Problem, liebe Kinder, bei Weitwinkel. Man sieht zu viel. Das stimmt. Denn hier endet einfach der Zaun. Wenn man Fritz von Namen sieht, dann merkt man das nicht mehr. Aber von hinten schon. Dann ist der Zaun da und das Türchen dazwischen. Aber so ist es auch nichts. Das ist natürlich was für unseren Frame-König-CF. Ja, liebe ich, liebe ich. Komm, ab auf YouTube damit. Hier sieht man jetzt hier eingeblendet, wie der Zaun einfach in dem Grundstück endet. Schöner Shot im Weitwinkel. Das wurde dann allerdings zum Verhängnis. Na gut. Wir bauen ein Wildbienenhotel. Und das ist ja auch wirklich das Geschenk zum Einzug. Wenn irgendwer einen zieht, kannst du ihm Brot und Salz schenken, ja. Aber wenn er einen Garten hat, dann schenkst du ihm auf jeden Fall so ein Bienenhotel. Das ist so das Geschenk zum Raushauen. Ich finde es sowieso unangenehm, wenn man irgendwie sowas schenkt, wo dann der andere auch wirklich eine Art von, ja, Aufgabe mich geschenkt bekommt. Und das ist hier wirklich der Fall. Ich finde es sowieso immer ganz furchtbar, wenn du angeheuert wirst, beim Umzug zu helfen und dann sollst du dieser Person auch noch was schenken. Und du kriegst nur so ein labbriges Buffet, so to go. Du musst schleppen wie blöde und musst dieser Person auch noch Geld rausgeben. Selbsthilfe mache ich ja nicht mehr. Dem habe ich ja abgeschworen. Ich frage auch niemanden mehr, das wird jetzt alles, das lässt mal alles erledigen. Das ist vorbei. Andere Leute in meinem Alter sagen, ich fahre nur noch erste Klasse, das ist mir nicht wichtig. Aber ich sage, ich werde nie wieder beim Umzug helfen und auch wenn niemanden darum bittet. Genau, wir beide sind Leute, die werden nie erste Klasse fahren und auch nie einen Sitzplatz reservieren und auch im Zweifel lieber trotz Sitzplatzreservierung im Gang sitzen, anstatt neben einer alten Oma oder schreienden Kindern. Ja, könnte man auch nochmal in der Separaten. Vielleicht gibt es eine Fritz-Fuchs-Fahrt-Bahn-Folge. Oh ja, bin ich dabei. Sitzberfolgen haben wir, glaube ich, durch. Ich glaube auch. Auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt gibt es ein Problem. Und zwar stellt Fritz fest, dass der gute Honigbauwagen weg ist auf einmal. Und er fragt sich natürlich jetzt, wo ist der und nimmt mit Keks so ein bisschen die Spur auf. Und dann kommt auch schon eine Dame vorbei, eine vollkommen unverdächtige Frau, nämlich die Obstbäuerin. Und nicht, dass sie jetzt richtig weiß, die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter? Oh, ich kann doch keine Stammbäume, Julian. Die Schwiegermutter, also die Fast-Schwiegermutter von seiner Ex-Frau. In Spee, kann man sagen. Genau, also nicht von seiner Ex-Frau, sondern von Svens Ex-Frau. Richtig. Siehst du, so kompliziert sind Stammbäume. Ja, wir gehen hier auf Spurensuche. Wir schauen uns ja verschiedene Reifenabdrücke an. Und dann kommt ein einziges Auto vorbei, ein Pick-up mit Anhängerkupplung. Sehr, 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 sehr verdächtig. Und dann nimmt Fritz, und das ist ja ein schönes Ding, mit Bienenwachs ein Abdruck von der Täterspur und vergleicht noch so ein bisschen mit dem, was wir dort haben. Aber, was er nicht tut, und das ist doch das erste, woran ich denke, oh, ein neues Auto, das vorbeikommt. Lass uns doch mal hier eine Probe nehmen. Warum wird das nicht getarnt? Naja, also es ist auch schon so mit Absicht schlecht geschauspielert, dass wir erfahren, das ist die Täterin, das ist die Übeltäterin. Ja, das ist von Anfang an klar. Und wenn wir jetzt die Spur nehmen, dann wissen wir es ja schon, dann ist die Folge vorbei nach sieben Minuten. Wir müssen natürlich erstmal noch so ein bisschen einen kleinen Umweg schaffen. Ich fand das auch interessant, wie er diesen Abdruck genommen hat, wo ich mich auch gefragt habe, na, ob er das jetzt so vom Boden einfach so abziehen kann, oder ob er nicht dann auch ganz viel Erde mit dabei hat. Aber das war schon gut. Man sieht ja auch, dass wesentlich weniger Wachs gegossen wird, als er am Ende dann fest aufnimmt. Und es ging wirklich sehr schnell auch dafür, dass er am Anfang noch sagt, jetzt muss das erstmal abhertiv. Definitiv. Naja gut. Zeitsprünge sind ja nichts Neues. Ist auch nicht so schlimm. Er greift jetzt zum Handy und sagt dem Sven Bescheid. Denn das Problem ist natürlich jetzt weiter da. Hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte, Fritz Fuchs ist jetzt auf eigenem Trip. Ach, wenn der Sven zurückkommt, dann tut er so, als wäre nie was gewesen. Der Wagen ist wieder da. Aber nee, er ruft ihn an und sagt, du, es gibt hier ein Problem. Der Wagen ist weg, sorry. Ich habe nicht mal 24 Stunden darauf aufpassen können. Man sieht natürlich auch gut an diesen kleinen Handys, das wir hier zehn Jahre zuvor gedreht haben. Und was mir aufgefallen ist, bei dem guten Sven in seinem Wagen, der hat da so einen Traumfänger. Und da wollte ich dich jetzt fragen, glaubst du daran? Hast du sowas auch schon mal gehabt? Nee, ich mag ja generell keine Deko oder sonst irgendwas. Ich bin ja Minimalist. Also alles, was Deko ist, fliegt sofort in den Müll. Auch wenn ihr mir was zuschickt, schmeiß ich sofort weg, will ich nicht haben. Das kann ich bestätigen. Das macht das natürlich. Ja, da habe ich keine Schmerzgrenze mehr. Nee, ganz, ganz furchtbar. Ah ja, okay. Wieso hast du eine Verbindung dazu? Nö, ich habe das schon oft bei Leuten gesehen, wo ich mal geschlafen habe. Das muss ich sagen. Aber das, na gut, egal. Und man sieht natürlich auch die Kennzeichen von beiden. Erstmal von der Schwiegermutter das Kennzeichen. Warte, das wollte ich kurz sehen. Das ist B für Bärstadt, ist klar. RF 2023, also 2023. Ist perfekt in dieser Folge heute hier untergebracht. Und das Kennzeichen von ihm, Moment. Das ist auch B. B, N, E. Genau, N, E. 4, 6, 0, 8. Ja, aber ist leider nicht irgendwie identifizierbar. Es ist sehr, sehr willkürlich. Passt nicht zu Sven oder sonst irgendwas. Das ist einfach random Kennzeichen. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Wir haben wahrscheinlich die gleiche Aufnahme. Und jetzt brauchen wir alle mal den Frame-König. Und ihr guckt bitte jetzt auch mal bei YouTube nach. Und CF auch. Und zwar bei Sekunde 8 Minuten 16 Sekunden. Sieht man da die Kameraleute, während das Auto wegfährt? Oh, Julian, au. Und zwar wirklich mehrere, wenn du mich fragst. Was bist du denn für einer? Also mindestens drei. Was ist denn jetzt hier los, liebe Freunde? Der Zaun stinkt ja jetzt ab gegen das, was Julian gefunden hat. Ja, ich dachte, deswegen sage ich, ich sage mal nichts. Ich habe ja noch was in der Hinterhand. Weißt du, wofür B, N, E übrigens stehen könnte? Biene. Das könnte vielleicht noch sein. Ah, ja, okay, das kann sein, ja. Ja, tatsächlich, das Auto fährt weg. Und in der Spiegelung ist ein kleines Team. Sieht man doch den Typ. Der links ist doch der mit der Kamera in der Hand. Das kannst du mir nicht sagen. Ja, ja, ja. Rechts stehen noch zwei daneben. Okay. Chapeau. So, das hätte Peters Zeit nicht gegeben. Hast du gewonnen, hast du gewonnen, ist ja gut. Nein, aber vielleicht kommt ja noch was. Es kommt ja noch was. Man kann ja auch noch was on the fly. Wir gucken die Folge immer so nebenbei, während wir sie besprechen. Ja, haben wir sie so als Datei immer offen. Und da kann man natürlich auch zwischendurch irgendwas finden. Zum Beispiel, dass das hier ein VW ist. Das hätte ich jetzt vorhin nicht sagen. Ich will mir Autos nicht auskennen. Aber naja, gut. Also er ist auf jeden Fall jetzt, um die Geschichte zurückzukommen. Also Sven ist jetzt informiert, dass sein Honigwagen weg ist. Er ist aber gar nicht sauer auf Fritz, sondern er weiß genau, das ist meine Ex-Frau. Die braucht das für ihr blödes Kosmetikstudio. Und ehe Fritz irgendwas sagen kann, hat er auch schon aufgelegt und ist auf dem Weg zurück nach Bärstadt, um seiner Ex-Frau mal richtig Bescheid zu sagen. Und Fritz nimmt das als Anlass, als Hinweis, da dann auch als erstes mal hinzufahren, um die Reifenspur zu vergleichen. Genau, und er ist ja Undercover-Boss, deswegen geht er auch mal rein, guckt sich an. Und in der Tat ganz viele Honigprodukte überall zu sehen. Die Olle sowieso ein bisschen. Er ist halt die Ex-Frau von den Honigtypen. Ja, schon ein bisschen. Sehr, 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 sehr verdächtig. Auch die Handcreme. Es ist alles mit Honig, Honigmaske, es ist alles sehr, sehr honighaft. Also im Prinzip muss man sagen, sie bräuchte sowas wie einen Honigwagen. Mensch, wo man sowas nur herkriegt in ganz Bärstadt. Aber das ist natürlich eine schöne Überleitung zu einem jetzt mal 3D-animierten Einspieler. Also wir sind schon jetzt hier ganz anders unterwegs. Wir haben jetzt nicht mehr 2D-Comics, nicht mehr 2D-Animationen, sondern wir haben jetzt dreidimensional dafür auch echt komisch gestaltete Menschen, muss man sagen. Wir gehen zurück ins Ägypten. Milch und Honig, sowohl zum Konsumieren als auch drin baden, soll unfassbar starke Heilkräfte haben. Deswegen sagt man ja auch heute immer, Milch mit Honig bei Erkältung trinken habe ich noch nie gemacht. Weil, ja, ich finde Milch nicht so geil und Honig macht das sowieso lange Zeit nicht. Hatte ich sogar dieses Jahr mir mal in einem Café zum Frühstück bestellt. Eine heiße Milch mit Honig, bitte, habe ich gesagt. Dann bekam ich das. Und den Honig musst du dir aber selbst noch so reinrühren, aber es war wirklich lecker. Ich werde es als Hausaufgabe mitnehmen. 20, 23 werde ich es probieren. Ist nicht so häufig, dass ich Milch im Haus habe. Müssen wir vielleicht ein bisschen warten. Ja, oder du gehst halt mal in so einen Café, da gibt es das immer. Ja, dann kriegst du auch professionell vorbereitet. Genau. Das können wir machen mal. Kennst du da rein zufällig in Düsseldorf was? Naja, die im Extrablatt werden wir das schon haben. Oh, Extrablatt ist aber auch schon echt. Naja, es gibt es überall eigentlich. Also heiße Milch mit Honig, kann man bestellen. Ja, denke ich doch. Aber es wäre schon cool, wenn die das auch auf der Karte hätten und nicht so ein Praktikant sagt, heiße Milch mit Honig oder mache ich jetzt viel Milch und dann mache ich noch ein bisschen Honig. Nee, 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 das muss schon angeboten sein. Nicht mit, ja, das können wir Ihnen machen, das geht nicht. Nee, ich will das schon professionell. Wir wollen das als richtigen Drink. Genau, so sieht es aus. Okay, gut. Überspielen wir den Einspieler ein bisschen. Es geht um die Heilkräfte und Fritz sitzt nun dort mit seiner Gesichtsmaske, versucht aber eigentlich die ganze Zeit nur den Ordner zur Lieferanten zu greifen. Ja, der ist sehr gut beschriftet. Der ist aber auch sehr unrealistisch dort stehend. Eine einzige Büroakte in diesem komplettem Studio. Also das ist ja noch wirklich gut hingestellt. Ja, und was mich auch ein bisschen stört, ist der I-Punkt auf dem großen I. Also das ist auch so eine Unart, die sich Leute rausnehmen. Das ist falsch, kann ich an dieser Stelle bestätigen. Das hätte man weglassen können. Sieht aber gut aus, ja. Das stört doch nicht großartig. Also als Informatiker, sage ich dir, bin ich dankbar für. Ich hasse es, wenn Passwörter ein kleines L, großes I sind. Ja, das ist schlecht, ja. Das ist ganz falsch. Also ein O und ein 0 kann man noch gut auseinanderhalten. Ja, ja. Aber ein kleines L, ein großes I ist schwierig, ja. Das geht gar nicht. Und dann noch am besten das Passwort abfotografieren und bloß nicht zum Kopieren rüberschicken. Ach Leute, okay. Die ganze Sache fliegt aber schon recht schnell auf. Denn Sven ist unterwegs, kann sich nicht zusammenreißen. Er lässt die ganze Ausbildung fallen. Rügen ist vorbei. Ja. Und platzt rein. Und damit platzt auch quasi die ganze Tarnung. Denn er wundert sich natürlich, was Fritz Wuchs da macht. Und dann ist seine Ex-Frau sofort dahinter gekommen. Und dann ist es auch schon mit ihrem großen Auftritt. Denn man ist ja auch relativ schnell klar, dass die es ja gar nicht richtig passt. Deshalb wieder Zeit zum Einspieler hat. Wieder eine 3D-Animation. Diesmal ganz kurz erklärt. Aber auch die wichtigste Pointe. Und wer hätte es gedacht, kommt natürlich in einer Bienenfolge Bienen und Blumen zum Einsatz. Das kann ich nicht so gut erklären. Denn Julian, mach das mal. Das kann ich auch nicht so gut erklären. Da würde ich euch die Löwenzahnfolge 277 empfehlen. Bienen, der Raub, der Honigmacher. Da wird das nochmal ganz gut verdeutlicht. Okay, und ansonsten wäre auch cool, wenn uns einer mal endlich aufklärt. Wir sehen auf jeden Fall, wie wichtig die Bienen sind. Denn wenn es keine mehr gibt, dann sieht die Ernte sehr, sehr mager aus. Das ist hier ganz klar. Und mit diesem Cliffhanger gehen wir in die Realität zurück. Denn es gibt da doch bestimmt jemanden, die auch in Bärstadt Land hat. Vielleicht Äpfel oder so, die zu dieser Jahreszeit reifen. Die vielleicht Bienen brauchen könnte. Und es ist rein zufällig die, die sich schon ganz am Anfang verdächtig gemacht hat. In ihrem Pick-up. Da muss ich aber wirklich sagen, die hat sich noch, die kennt sich noch an die Folge erinnert mit dem Gespenst Greifenklau. Ja. Da war das doch auch diese Haushälterin da, die da irgendwie so, ne? Ja. Und ich muss sagen, die war unverdächtiger. Kommt in die Richtung. Kommt in die Richtung, ja. Okay, gut. Wir sind aber immerhin einmal bei Jasmin. Und wir halten jetzt noch den Running Gag bei. Ich glaube, der fehlt so in den späteren Folgen. Jasmin, du bist unter den Kakao die Vollmilchtafel oder so. Und was ist das Beispiel hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Er lobt sie mal wieder für irgendwas und bringt ein Beispiel aus der aktuellen Folge. Ja. Jasmin war in dieser Folge jetzt nicht so wirklich nötig, würde ich sagen, ne? Nö, ist aber schön, dass sie einmal vorkommt. Aber genau, genau. Gut, sie war ja insofern relevant, dass sie eh schon einmal erwähnt wurde, wo Fritz überhaupt weiß, dass das Kosmetikstudio ist, wo ich mir auch denke, na komm, in Bärstadt wird es nicht so viele Kosmetikstudios geben. Und dann heißt auch noch eine irgendwie, ja, wenn es zwei gibt, dann ist es schon eigentlich recht klar, dass eine 50-50-Chance, dass du das richtig erwischst. Aber Jasmin hat ja den Tipp gegeben, deswegen sehen wir sie auch, die auch den Tipp gibt, Mensch, wir haben doch hier eine Apfel-Landwirte. Dann musst du jetzt da hin. Wenn das hier nicht passt, dann gehst du jetzt da hin und Fritz, der fährt los und jetzt hat er natürlich eine List, er sich überlegt, wie er die Frau jetzt überführen kann. Gar nicht so schlecht, erstmal sieht er natürlich, dass der Reifenabdruck passt, das ist schon mal gut, aber er hat ja im Prinzip schon sein Ziel, er braucht aber nur noch den ultimativen Beweis, da überlegt er sich das und ehe wir sehen, wie er das anpackt, kriegen wir einen weiteren Einspieler-CF, jetzt ist aber auch mal gut, der ist gar nicht so schlecht gemacht, also das, wie die da diesen Tanz machen und dann quasi auch so die Richtung und so den Winkel anzeigen, das fand ich ganz interessant. In der Tat scheinen die Bienen, glaube ich, wenn man mal so richtig so einen richtigen Film sehen würde, was die Bienen wirklich so können, wie das genau funktioniert, ist das, glaube ich, da sehr interessanter, als man meint das schon. Ich finde das interessant, ich finde das super spannend. Das sind schon gute Tiere, ja. Ich kann halt nicht glauben, dass das alles so funktioniert, dass es keinen unter dem Bienenvolk gibt, der sagt, nö, ich bin Faulpelz, ich will Hartz IV, ich mache das hier nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, das sind alle Arbeiterbienen oder was? Lass uns doch Bienen anstellen im Leben, das ist doch die perfekte Lösung. Scheiß auf Roboter, wir nehmen Bienen. Na gut, dann kommen wir jetzt aber zurück, denn Fritz hat Bienen gesammelt und sagt, na ja, Bienen finden immer, immer zu ihrem Nest zurück, zu ihrem Bau, zu ihrem Stock und deswegen lässt er sie frei und verfolgt diese Ganze, aber ja, ich sag mal so, es wäre doch jetzt viel besser gewesen, ja, also sie allein zu lassen, denn sie fährt ja jetzt in der Tat weg und wir wissen ja, die weiß, dass Fritz von dem Wagen weiß und die wird da jetzt hinfahren und den wegtragen, denn die Bienen sind ja auf dem Weg. Was macht Fritz? Fährt offensichtlich hinterher und lässt auch zeigen, dass er hinterher fährt. Warum bleibt er nicht im Versteck und lässt sie glauben, dass er abgehangen wurde? Ja, keine Ahnung. Weil so könnte er doch perfekt die Spur aufnehmen, aber jetzt zeigt er ja die ganze Zeit, dass er auf Erfolgungsjagd ist, das bringt ja nichts, dann wird sie ja nicht zu dem Wagen fahren. Eigentlich sollte sie woanders hinfahren, ja. Ja, aber gut, es wird noch anders gelöst, denn Sven wird angerufen, er soll zu dem alten Standort des Wagens kommen, denn dort steht das Ding dann jetzt auf einmal wieder, denn die gute Dame wollte vertuschen, dass er überhaupt weg war, großartig, großartig, Realismus, 18 Punkte Abzug, nein, kleiner Spaß. Und dann wird das ganze Jahr mit einer kleinen Geschichte aufgelöst, denn die Schwiegermutter in Spee, das ist doch nicht böse gemeint, das liegt doch nur am Umsatz, Rapsbienen, das ist das Geschäft. Man muss als Selbstständiger gucken, wo man bleibt, wenn man schon Bienen ausbeutet und sie zum Arbeiten schickt wie blöde und gegebenenfalls auch noch der Buhmann ist, die Veganer hassen einen alle, was soll man denn machen? Ja, und es ist ja auch ein Familientwist noch drin, ne, also die hat ja auch gedacht, dass er sie nicht mehr mag, weil es ist ja schließlich die Ex-Frau und sie ist ja die Mutter der Ex-Frau und das, und ja, das ist deswegen, das ist ja durchaus so, dass man sich dann so ein bisschen trennt, aber deswegen kann man ja trotzdem, hast du noch mit irgendwelchen Eltern von ehemaligen Liebschaften zu tun? Ich nur über Facebook. Definiere zu tun. Naja, Kontakt. Nicht, nicht selber. Ja, okay. Aber ja, es gibt da ein bisschen was. Also ich kenne jemanden, der hatte vor ein paar Jahren mal eine neue Freundin und die hatte noch, die hatte einen Sohn so mitgebracht und der Vater des Sohnes war natürlich noch öfter mal da, aber dem nicht genug, auch die Eltern des Vaters des Sohnes kamen dann auch zu Weihnachten und so und dann saß mein Kumpel da ständig quasi mit ihr, ihrem Ex-Freund, weißt du mal, der Vater ist des Kindes und der gesamten Sippschaft da noch zusammen, weil die ja auch irgendwie so eine Familie sind und das wäre mir dann too much. Ja, nee, also das ist ja schon, du beschreibst ja gerade den Grund, warum ich seit 20 Jahren Weihnachten abgeschafft hatte in meinem Leben. Ja, okay, Ende gut, alles gut, die Folge ist vorbei. Ich bin sehr gespannt, wie dir die Folge jetzt gefällt. Also Fritz ist noch sehr begeistert und baut noch sein eigenes Häuschen da zu Ende und das war's. Genau, also man kann noch ganz kurz sagen, es wird aufgelöst. Die beiden mögen sich wieder und ein Teil der Bienen wird abgegeben zur Apfelernte, also ins Apfelland, damit dort auch die Ernte erfolgen kann. Schluss, aus, heile Welt, wunderbar. Wie mir dir Folge gefällt, das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, das können wir nur aufdröseln, weil so einfach wahrscheinlich kann ich das nicht beantworten. Wäre ganz gut. Wollen wir einfach mal anfangen mit dem Lerneffekt, weil der klingt nämlich so. Lerneffekt. Neun Punkte. Hier gehe ich auch mit einer neun rein. Ich habe ja schon gesagt, was mir da so ein bisschen fehlt. Ich weiß jetzt nicht 2011, wie das da mit dem Naturschutz war, ob das da schon galt oder so, dann kann ich das jetzt natürlich nicht abziehen. Aber wie gesagt, die Arten, es gibt ja auch unter Bienen noch wesentlich mehr Arten, das mit dem Stachel und allem drum und dran, die allergischen Reaktionen. Es gibt ja Menschen, die darauf allergisch reagieren und so weiter. Naja, gut. Aber mit neun Punkten muss man sich ja nicht schämen jetzt hier. Deswegen einfach weiter. Realismus. Ich lasse dich mal zuerst. Oh, schwierig, schwierig. Das könnte schon so passieren. Ja. Sieben. Ich habe acht. Ich bin sogar netter als du. Also jetzt wurde mir natürlich das Kamerateam gezeigt. Das ist mein Spaß. Na, dass da plötzlich drei Geister stehen. Ist die Frau vielleicht gelinde, greifen, klauen? Es ist schwierig. Also, ja, es kann schon so passieren. Es muss ja was erzählt werden. Ja, es ist eine kleine... Realismus ist ein blöder Punkt eigentlich. Kleine Folge in wenigen Umkreis. Also, wir fliegen nicht auf einmal nach spanischen Inseln und machen dort... Nee, und unsere Gummiente ist jetzt auch nicht im Orbit gesichtet worden. Ja, alles in Ordnung. Okay, dann jetzt aber zum wichtigsten Punkt. Unterhaltung. Wenn du möchtest, fange ich auch an. Oh, bitte. Ich finde diese Folge unterhaltsam, aber leider nur aufgrund des Lerneffekts. Und den habe ich bewertet. Ansonsten bleibt da nur noch eine vier über. Ist eine Durchschnittsfolge, aber dann doch ein bisschen... Boah. Allein, dass man halt schon sofort weiß, wo der Krimi hingeht, der ja schon direkt aufgelöst wird. Ja. Naja, da gebe ich sogar andersrum. Ich finde die Filme viel zu viel. Das ist dann wahrscheinlich auch so ein Interessending. Ja, na klar. Und viel zu viel. Und auch noch die Story sehr langweilig. Also, da bin ich auch... Boah. Wenn du vier... Ich hatte eigentlich fünf. Ich bleibe mal bei meiner fünf. Aber ich finde es eine durchschnittliche Folge. Auf keinen Fall eine schlechte. Ist interessenabhängig. Aber die Story rund um den Lerneffekt, die muss ich auch sagen, ist dann mir auch ein bisschen zu schwach. Da geht mehr bei Fritz Fuchs. Das wissen wir. Wenn ich vor allem die Einspieler in- und auswendig kenne, könnte die Folge nur noch eine Eins werden. Ja, ja. Nein, alles in Ordnung. Aber es ist eine schöne kleine Folge und man hat alles untergebracht. Es wirft einen auch so direkt rein irgendwie. Also, da ist der aber direkt mit seinem Kumpel da und das ist irgendwie so... Es wird... Ja, man ist so mittendrin und... Tja, tja, tja. Na gut, das war sie. Das war die Bienenfolge. Ja, ziemlich schnell durchgegangen. Mal gucken, was du dir für nächste Woche wünschst. Ich hätte noch was. Ja. Achso, ich soll drücken. Mhm. Okay. Feedback. Denn wir haben wieder einen neuen Hörer dazu bekommen, der uns sehr viel Feedback gibt. Ich werde aber nur die besten Sachen jetzt hier vorlesen von Waldimat. Herzlich willkommen in unserer kleinen Podcast-Welt zur Folge Peter und der Bär. Mal überlegen, was das noch für eine... Ja, das war mit Kalle. Genau. Hat er geschrieben, diese Folge ist ja ein regelrechtes Schlachtfest der Spielworte. Damit meint er aber wahrscheinlich eher unsere, weil wir ja so auch das Wort Bär mit eingebracht haben. Das kam gemischt, dann sage ich immer so. Ich freue mich, dass das auch positiv wurde. Ja, er fand es offensichtlich ganz gut. Und er ist Jahrgang 85 und hat dazu sozusagen einiges beizutragen. Und wir hätten jetzt sein Löwenzahn-Fanherz, erobert. Herzlich willkommen bei uns. Einiges auch zu anderen Sachen dazu geschrieben, auch bei der Folge mit dem... Kein Platz für Apfelwickler haben wir sie genannt. Da hat er geschrieben, dass er die Julia Silke Martinek ganz gut findet. Julia Martinek aka Silke, so rum. Genau, Julia Silke Martinek. Ja, in Anführungsstrichen. Ja, okay, gut, kann man so gelten lassen. Er hat es in Anführungsstrichen geschrieben. Ich habe es gut vorgelesen. Ah, okay, okay, dann ist alles richtig. Ja, genau. Ja, da empfehlen wir dir den Film Flussfahrt mit Huhn. Dann findest du sie vielleicht nicht mehr so spannend. Genau, den müssen wir noch mal besprechen. Nein, nein, den besprechen wir nicht. Da habe ich Angst vor 2023. Bitte, bitte, Julian. Das ist, nein, Folge 350, okay? Ja, okay. Er hätte auf jeden Fall noch einen Folgenwunsch bei den ganzen Kommentaren abgeliefert. Der heißt Peter und der Klaviertransport. Was? Das gibt es nicht. Habe ich noch nie gehört. Das höre ich auch zum ersten Mal. Hat er aber so aufgeschrieben. Die gibt es nicht. Peter und der Klaviertransport. Die gibt es wirklich, Folge 84. Wir wissen gar nichts über Löwenzahn. Also ich meine wirklich alle Peter-Folgen mit Titel im Kopf zusammen. Die habe ich noch nie gehört. Ja, dann haben wir ein Feedback zu unserer Folge 4. Da ging es damals um das Brot voller Murmeln. Ja. Und da hat eine weitere Neuhörerin, Anne Heller, geschrieben, kleine Verbesserung, die Sirene hört man, wenn er morgens aufsteht. Und er entdeckt, dass er nur noch ein Brot hat. Dann weißt du jetzt bestimmt genau, worauf sich das bezieht, auf welche Stelle aus unserem Podcast von vor zwei Jahren. Natürlich. Ist hier mit untergebracht. Dann habe ich eine Nachricht bekommen über, jetzt halte ich fest, unsere neue Facebook-Seite hinterm Bauwagen. Und zwar hat die Sven ja geschrieben, ich bin noch unter 35, aber darf ich trotzdem schon eure Seite liken? Ja, ja, darfst du. Ich freue mich immer, wenn ihr immer auf neue Folgen und werde oft an meine Kindheit erinnert, wenn ihr über Peter Lustig und seine fragwürdigen Abenteuer diskutiert. Außerdem habe ich mich ja lange gegen Fritz Fuchs gesträubt, aber durch euch die eine oder andere Folge angeschaut und ist auch gar nicht so blöd gefunden. Ach, das kenne ich. Weiter so, ja, da bist du das Paradebeispiel. Nur mein Problem ist, dass es hier öffentlich ist, aber vielleicht habe ich damit ja mit Leute gezogen und dann habe ich mich gerne blamiert. Apropos Fritz Fuchs, unser neuer Hörer Waldimat hat sich auch eine Fritz Fuchs-Folge noch, die nicht gewünscht, aber hat eine empfohlen, weil das Lied ganz toll wäre. In der Folge Feuer, das heiße Abenteuer. Feuer, das gilt als Wunsch, das heiße Abenteuer. Ja, der Song bleibt eine ordentliche Weile, hat er geschrieben, im Kopf, eine ordentliche Weile. Ja, dann, das heiße Abenteuer, irgendein Waldimat oder sowas, alles klar. Genau, Waldimat. Er hat auch gerade, während wir aufnehmen, schon einen neuen Kommentar gesetzt. Ja, er rusht jetzt durch. Ja, also es kann doch sein, dass da ein bisschen noch was kommt. Wie heißt denn der neue Kommentar? Der Kommentar ist zu, es muss nicht immer Benno sein, dort sagt er, dass es Zuckerstückchen erwähnt werden und wir keine Verbindung zu Elfie Donelli machen. Oh, unangenehm. Ja, wie konnte uns das denn gehen? Da waren wir so geflasht von Benno, was soll man machen? Genau. Das könnt ihr doch verstehen. Er ist ja noch nicht angekommen bei unserer Benjamin-Blümchen-Besprechung. Stimmt. So, da musst du erst mal hier, du bist noch 13 oder 23, 33 Folgen entfernt davon. Ja, weit entfernt. Aber das hat er bis nächste Woche aufgeholt. Dann haben wir letzte Woche Lebkuchen besprochen. So, da haben natürlich viele frohe Weihnachten gewünscht. Die hatten wir natürlich. Und einer, der heißt User, ja, die Buchstaben, ein wildes Gemisch, ein unglaublich kompliziertes Passwort dann, folgt dann, hat geschrieben, obwohl ich Lebkuchen nicht so gerne mag, war die Folge doch wieder ein kleines Weihnachtsgeschenk. Das zarte Nilpferd hat gesagt, ist das jetzt die größte Straf-Peter-Folge bis jetzt? Er wünscht sich ein Ranking. Ja, auf jeden Fall hat Peter da einiges gemacht. Heavy Metal Nerd hat geschrieben, die Koalas von Küchenmeister sind richtig geil, die hat er aber schon ewig nicht mehr gegessen. Ich denke, die wird er sich jetzt mal besorgen. Ja, aber dann kauf die nochmal. Die sind nicht mehr so geil wie in der Kindheit. Diese Kakaocreme ist nicht so geil. Doch, würde ich hoffe. Ich werde die mal ausprobieren. Ich werde sie heute. Ich muss ja gleich einkaufen, Julian. Ich mache mal was auf meiner Einkaufsliste. Die, würde ich sagen, gibt es aber nicht im Discounter. Ich bin im Kaufland. Da sollte es sie geben. Vielleicht sogar mit Milchcreme, wenn du Glück hast. Würdest du die eh empfehlen? Das ist ein wichtiges Thema jetzt. Nee, nee, nee. Ja, siehst du. Warum schackst du mir das dann? Ich habe im Kaufland vor ein paar Tagen so ein Viererpack Überraschungseierfiguren gekauft, weil ich Bock hatte auf die Schokolade und zwar in dieser dünnen Konsistenz. Und dann stand da drauf, zwei Figuren garantiert. Und da habe ich das erste im Bett gegessen und habe dann gesehen, ach, keine Figur weggeschmissen. Das zweite dann hier am Tisch gegessen, nächsten Tag, ach, keine Figur weggeschmissen. Und das dritte dann, dachte ich, okay, jetzt habe ich noch zwei Figuren da drin. Einen Tag später, gestern, habe ich das dritte aufgemacht, da ist ja nur ein Puzzle drin. Und dann habe ich gesagt, ja, was, dann wirst du im vierten doch jetzt mindestens eine Figur drin sein. Und dann stelle ich fest, dass die Figuren ja auch zum Zusammenstecken sind. Och, Julian. Also einfach wegge... Weil ich kenne das doch wirklich aus so kleinen Porzellan, handbemalte Porzellanfiguren. Also das ist wirklich... Du hast doch auch, gerade deswegen hast du doch am Rütteln erkannt, ob es eine Figur ist, weil es nicht zum Zusammenstecken war. Ja, genau, damals konnte man das gut erkennen. Aber ich habe ja gehört, dass die Figuren nachgelassen haben. Aber es ist von Avatar. So ganz, ganz dünne, blaue Männchen. Und das aus Plastik zum Zusammenstecken. Und da schreiben sie drauf, zwei Figuren garantiert. Also die Figur, also das ist mir nicht mal aufgefallen, dass ich das geöffnet habe. Dass ich das eine Figur hatte. Also wirklich, wirklich, wirklich schwach, liebes Überraschungsei-Figürchen. Denn das war früher so ein großes, dickes Überraschungsei mit Augen und so Händen ohne Arme. Und der hat dann immer gesagt, oh, ist noch geheim. Also das würde er sich heute auch nicht mehr trauen. Die Happy Hippos, die sind doch noch geheim. Ja, genau. Sind jetzt mit dabei in jedem siebten Ei. Ding. Ich habe ganz kurz mal den Preisindex geschaut. Ist das Ding schon bei 1,09 Euro? Was? Das ist die Kinderüberraschung. Das ist teuer. Boah, 20 Gramm Schokolade, Leute. 20 Gramm Schokolade. Ja, naja, du hast ja drei Sachen auf einmal. Spannung, Spiel und Spaß. Genau. Und Schokolade. Und auch QR-Code. Kriegt man jetzt auch nochmal dazu. Und auch QR-Code. Dann sind es ja schon fünf. Okay. 1,09 Euro. Ist krass teuer, ja. Und dann ist da wirklich, wirklich nur eine Figur drin, die du als solche nicht erkennst. Oh mein Gott. Weil es ein Zusammensteck-Ding ist. Es ist wirklich, da muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr schade. Also wenn das so tolle kleine Figuren wären, hätte ich fast wieder Bock zu sammeln. Aber so macht das natürlich gar keinen Sinn. 1,09 Euro. Die Schokolade, wie gesagt, die Figuren waren echt toll früher. Nicht nur die Habepos, die Honey Bunny, so was die alle haben. Top Ten-Teddies, natürlich die Schlümpfe und so. Kinderschokolade am geilsten aus dem Tiefkühler. Könnt ihr mit mir streiten, aber ihr werdet letztendlich verlieren. Als Kinderriegel oder als Kinderschokolade? Ja, die Kinderschokolade, gerade von Ü-Eier oder vom Weihnachtsmann, die da so richtig schön doppelseitig bedruckt, wollte ich schon sagen, ist. Ab in die Gefriertruhe damit. Das Geilste überhaupt. Ja. Wir gehen jetzt zusammen einkaufen und ihr könnt das da draußen auch machen, aber nicht ohne eine Hausaufgabe mitzukriegen. Welche Folge müssen wir uns denn bis nächste Woche reinziehen? Mach es doch ein bisschen besser als ich. Ja, sehr gerne. Ich habe eine Lieblingsfolge, damit möchte ich ins Jahr 2023 starten. Und zwar ist das Folge 84, Peter und der Klaviertransport. Ja, keine Ahnung, was das ist. Gucken wir uns jetzt einfach an. Okay, cool. Es kann ja nicht sein, dass ich eine Folge nicht kenne. Wenn jemand so unsere ganzen Folgen nachholt, wie weigemart. Ja, hat er es auch verdient. Hat er es auch verdient. Na, wenn er dann, er dürfte ja dann ja rechtzeitig fertig sein nächste Woche, dann kann er sich schon seine Wunschfolge anhören. Ist das nicht toll? Ach, da geht, da fängt doch das Jahr schon gut an. Ja. Okay, lieber Julian, ich muss dann noch ein paar Wachsspuren in irgendwelche Reifen gießen. Ich habe ein bisschen Bock noch auf Pfadfinder-Tour zu gehen oder so ähnlich. Ist nicht die beste Lösung, aber Wachs dauert eine Weile, bis das gehärtet ist. Ungefähr eine Woche. Ich würde sagen, wir hören uns dann wieder. Und wir haben jetzt noch drei Wochen Zeit, liebe Hörer, zu überlegen, was hier wohl am 23. Januar passiert. In der Folge 100 hinterm Bauwagen der Löwensheim-Fan-Podcast. Ich kann nur sagen, CF und ich wissen, was passiert. Und gucken mit großen Augen auf diese 100. Ihr könnt das auch tun. Der Countdown fängt jetzt so langsam an. Bis dahin müssen wir noch ein Klavier transportieren. Und da helfen wir doch gerne mit. Bis zum nächsten Mal. Julian, lass uns doch sagen, was in Folge 100 kommt. Das ist so gut. Komm schon. Nein, sag ich nicht. Mann, die haben das doch verdient, kommen wir die 100 Wochen lang und so. Nein, das mag ich aber nicht. Ich will das jetzt aber sagen. Ich poste das heimlich auf der Facebook-Seite.